Ja und hallo ihr Zuschauerinnen und Zuschauer und willkommen zu Let's Play League of Legends. Ja, lange, lange, lange ist es her. Ja, ich habe mich echt lange nicht mehr in dieses Spiel gewagt. Ab und zu mal mit der Unterstützung von Freunden. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Sie. An diese Freunde. Oder halt, ja, Freunde. Ja, wir spielen Urf. Ein netter Modus, welcher liebevoll auch Urf genannt wird. Ihr macht wirklich sehr viel Spaß. Ich habe schon ein paar Mal mit einer Freundin gespielt und dieser Modus hat mir wirklich die Lust an League of Legends wieder zurückgegeben. Daher wollte ich jetzt auch mal hier so spielen mit euch, in Anführungszeichen mit euch, mit Schrägstrich für euch. Einfach aus Spaß. Hier fehlen sie auch. Also, ja, ich habe ein bisschen versucht, mich reinzuarbeiten, aber auch ein paar Tipps bekommen halt. Zin-Za-Zin-Zin-Za, ich kann den Namen nicht aussprechen. Zin-Za, also eigentlich mein Main-Champ. Bisher, also ich bin da eigentlich eingerostet, also kann ich das ja auch wieder knicken. Ähm, ja, der ist gesperrt für diese Runde. Also habe ich mich mal mit Heimerdinger. Versuch wieder anzufreunden. Er ist auch ein Champ, den ich sehr gerne spiele, den ich mich auch recht einfach tue. Also er fällt mir leicht, ich sag's mal so. Es fällt mir leicht mit ihm zu spielen, daher ist es ja auch sehr schön für mich. Na, schade. Na, 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 na. Ja. Ui. Eureka, Treffer. Eureka. Ich liebe das. Einfach Sentry Spam ohne Ende. Jeix. Da geht's langsam los. Ja, das ist mein Gold. Sehr schön. Ah, diese Spikes. Noch hält mein Geschütz. Oh nein, ich hab's genau da reingesetzt. Ich dumm Kopf. Also ich versuch einmal defensiv zu spielen zuvor die Runde. Ich versuchte recht offen, also so eine Mischung aus defensiv und offensiv zu machen. Allerdings war halt, ich war dann auch auf Top. Allerdings war dann halt mein anderer Top-Partner, den bin ich natürlich, so ein Random-Partner halt. Ja, der war nicht wirklich, ähm, ich sag's mal hilfsbereit. Er war immer weg. Wir waren zwar auf Top, aber er war immer auf Bot gegangen. Und dann bin ich überrannt worden und ja. Der Gegner wurde gefeeded. Und ja, das was danach kommt, könnt ihr euch gut denken, ne. Muss ich nicht weiter ausführen. Ah, da nehm ich, Idiot. Muss man einfach in diese... Oh, hab ich jetzt nicht aufgepasst. Hab ich echt nicht aufgepasst. Oh Gott. Immer meine... Das war dumm. Oh, doch, Gott sei Dank. Diesmal war es danach. Ich versuche es einfach defensiv zu spielen. So. Hier und da mal ein Treffer landen. Müsste drin sein. Halt so auf die NPCs. Ja. Na, verstehen wir alle. Ja, 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 ja. Jetzt wird's krettisch. Aber, sehr gut. Vielen Dank, er hat mich gerettet. Oh nein. Nö. Nein. Ah, verfluchter Mist. Ich hab nicht aufgepasst. Das tut mir leid. Verfluchter. Shit. Ähm. Gut, ich hab jetzt... Na, gar nichts gekauft. Ich, Idiot. Ähm. Ich wollte eigentlich da was kaufen. Genau. Ich erwarte... Ich arbeite erstmal hier rauf hin. Ist der Turm... Ne, der steht... Da ist der... Warum teleporte ich mich dann nach da? Er geht weg und ich geh rein. Ich dachte, der Turm sei schon kaputt. Da war ich grad echt ein bisschen... Niedergeschlagen. Ja, frisst das. Und frisst dies. Ah, schade. Ja, schön. Ja, push durch. Push through. Ah, Mist. Ha, Hit. Ich versuche mich echt grad zu konzentrieren. Es tut mir leid, wenn ich wenig sagen sollte. Und halt längere Pausen drin sein sollten. Was definitiv der Fall sein wird. Puh. Oh. Ah, mein Mauspad. Das ist... Oh. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr mit der Maus immer weiter nach unten geht? Aber mit dem Mauspad gleichzeitig auch. Aber das bemerkt ihr nicht. So. Ein Trefferwagen. Yikes. Und getroffen. Irgendwie irgendwas irgendwo. Yikes. Ich hasse diese Spikes langsam. Die gehen mir richtig auf die Nerven. Nein, nicht schon wieder. Nein. Ich hasse es. Die haben hier so eine gute Kombi. Er wirft mich nach oben. Ich bin langsam. Und darauf kommt der andere und... Klatscht mich weg. Das ist eine sehr gute Kombo. Ist sehr effektiv. Nur ich hab da nichts gegen zu setzen. Also unser... Unser... Unser Duo hier, sag ich erst mal. Das kann da ja gar nichts machen. Nein, 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 nein. Nein, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Ich Idiot. Ach ja. Ja, ich bin einfach sehr schlecht in diesem Spiel. Sehr, sehr schlecht. So, komm, beeil dich. Please. Ja, ich hab jetzt nichts gekauft, weil ich dumm bin. Ja, ist ja jetzt nicht da. So, wo sind sie? Ach, willkommen in der Hölle. Ja, 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 ja. Ich weiß schon, ich weiß schon. Er war weg von diesen Spikes. So. Ich versuche es zumindest. Ah, die haben so eine richtig, richtig große Range. Nervt mich jetzt schon. Enorm. Jeix. Ich frage mich, ob ich jetzt mein Verbündeter ist. Wo ist der? Ich frage mich. Ha. Ich hab nur weggeschaut. Nein! What? Oh, no. Ich hab nur weggeschaut. Nein! So, verzieht euch von dem Turm. Ha. Ja. Ja, da... Ich idiot. nicht mit mir nicht mit mir da spieler pionier ein bisschen vorgehen ja komm hier schon wieder oh nein da friss 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 ich lasse noch ein bisschen meine geschütze arbeiten ja und nein er hat noch gerade schock bekommen dass er das da schon rum stand hr ski oi ski poiski oi ja der wird gekillt ich bin schon zurück Ja, mal schauen. Ha. Still got some kills. Keiner. Wow, das war knapp. Ah, Mist. Oh, oh. Hui. Das war leider mein Geschütz. Ei. Ah, haha. Hier. Nein. Ich brauche hier echt Hilfe. Ah, kommt der doch mal wieder. Er wurde gewaggt. Er wurde gewagt. Oh, nein. Er wollte mir helfen. Wunderschön. Damit er das vernichtet. Einfach nur vernichtet. Ah, schade, nicht getroffen. Na, bei diesem, bei diesem, dieser Streuung, kein Wunder. Au. Nein. Äh. Gar nicht mitbekommen. Scheiße. Ich dachte, hm, wer ist denn für Büter? Warum kommt der nicht? Ja, siehst du. Ach ja, die Runde verlieren wir auch. Gibt leider auch nichts. Der schafft das leider an. Ja, guck, der hat viel zu viel HP und der stirbt jetzt jemalig. Guck. Irgendwie sowas muss einfach passieren. Ähm, ich möchte ein bisschen die Leben aufbessern. 300, 600, da. Oder was Gutes. Oh, nee. Nee, es wird hier gebacken. Das ist... Ich würde hier gerne sagen, ich bin's alleine schuld. Aber wenn alle einfach nur verkacken, dann ist es ja irgendwie nicht so ganz richtig. Hui. Uiuiui. Glaube ich mal. Ich weiß es nicht. Also... Jei, 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 jei. Na gut, also, ne? Fünf Tötungen haben nur wir und die Gegner schon 26. Und ich bin davon fünfmal nur gewesen. Ne? Also, ich möchte jetzt nicht sagen, aber ich würde auch vermuten, mein Team ist ja nicht gerade das Beste. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ganz ehrlich. Ich kann es mir so nicht erklären, weil ich einfach... Ich sehe mich persönlich auch nicht in der Position zu sagen, ja, mein Team ist schlecht, weil ich selber schlecht bin. Ich sehe mich nicht als guter Spieler, ich bin ein schlechter Spieler. Aber dass es so mies läuft, aber ne, wer weiß. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wow, das war knapp. Das war knapp. Ich wäre schon wieder draufgegangen. Ha, getroffen. Ja, wenigstens einen. Oh, 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 oh. Iiiiih, ich wollte kein Risiko eingehen. Ah, ich glaube, das wird dann nix mit dem HP bekommen. Ha, ha, ha. Ne, das wird nix mehr. Nein. Guck mal, die sind schon Level 13, 13. 15 sogar. Noch besser. Oh nein, was tue ich da, was tue ich da. Oh. That's stupid. Fiduino. Das war so dumm von mir. Oh, man, das nervt. Dieser Spam von denen jetzt. Der neft ist zent, na, hier. Oh, nice. Hat er, hat er gewoastet? Oh, hier, du hast gewoastet. Dass auch mal ein Kicker sterben sehe. Das ist ein Wunder für mich. Ups. Ja, ich darf schon wieder. Mann. Ich will ihn nur hin und her hetzen. Ja, verzieh dich. Ha, ha. Oh nein, 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 nein. Temo. Go to hell, Wanker. Ah, n'hit verpasst. Ja, komm. Geh auf mich, nicht auf den Turm. Geh auf mich, nicht auf den Turm. Ah, wow, das war knapp. Ich wäre schon wieder drauf gegangen. Oh nein, der ist gestorben. Oh nein. Oh oh. Rettet mich, nein, da bin ich auf letzte Sekunde gestorben. Nein. 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 Ah. Das macht Spaß. Also ich ärgere mich so, dass ich verloren habe, aber es macht mir auch Spaß. Daher. Da die Runde ist auch so kackelig, ich versuche noch eine zweite, die auch irgendwie ins Video mit einzubauen. Ich hoffe, das hört was. Aber wir sehen uns dann gleich im nächsten Teil sofort weiter. Ist es sofort wieder. So, und wir sind nun in der zweiten Runde. Ich hoffe, das wird jetzt besser laufen, jetzt wo ich noch ein bisschen, noch ein bisschen besser jetzt hier in, mit dem Heimatlinger vertraut sein sollte. Fähigkeitsstärke, ich arbeite nämlich wieder auf diesen hoch. Genau, da, Fähigkeitsstärke verbessern. Ich gehe mal nach dort. Ja, das hier benutzen. Warum laufe, wenn ich noch das habe? So. Ja, ein bisschen früher eingesetzt, ich glaube, ja, aber ich wollte auch jetzt nicht weiter den Schaden nehmen, da habe ich echt gar keine Lust drauf. Ich würde auf einmal diese, diese Linie auf jeden Fall hier so halten, das ist mein höchstes Ziel. Natürlich, das allerhöchste ist natürlich hier dieser, dieser Bereich, aber das hier ist so mein allererster Hauptsicherheitsbereich. Hier möchte ich echt die Gegner am besten aufhalten. So. Schauen wir mal. Mein Kollege ist hier ganz heiß. Die Feinde zu erledigen. Wir warten darauf. Rücken noch ein bisschen vor. Step by Step. Schritt für Schritt. Vorrücken. Ha, mein Gold. Ist hier ein Stück wieder? Ja. Ach, das vorderste, ja gut, ja. Hat durch all den Schaden fressen müssen, das ist klar. So. 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 Ja, wir sind hier vorne. Huhuhu. Ich habe mir das gerade aufgefallen. Irgendwas stand da im Chat, aber ich weiß nicht was. Ich habe es gerade echt nicht gesehen, weil ich mich so hier auf der Spahn. Jawohl. Spiel konzentriere. Ja, ich habe ihn getroffen. Huhuhu. Boom. Nikes. Nein. Ai, ai, ai. Na, die ist zu legen bei der Schütze. Oh, oh. Ha, getroffen. Nein, schade. Ha, ha, ha. Egal, dafür mal schliess ich mir ein paar von denen hier Platz. Oder beschädige. Oder beschädige. Verletze sie. Ja. Ja. Hey, ich war hin und was hat. Schade, ne? Ja. Ah, nice. Nice. Ist das jetzt schon mal wesentlich besser als zuvor, die Runde? Also für uns läuft die halt wesentlich besser als zuvor war das ja schon gemetzt. Ich bin gespannt, wie es enden wird. Also das Endergebnis sein wird. Ob das wieder so ein krasser Abstand ist, wo wir wirklich einfach so unterlegen sind. Oder ob die Gegner wirklich dann, ähm, also ob wir wirklich unterlegen sind oder ob wir halt so ein, ich sag mal, recht gleiches Match haben werden. Also angenommen, die Gegner killen 30 von uns und wir killen 27 von denen. So etwas halt so ein recht gleiches Spiel einfach. Treffereiner wenigstens. Yay. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen müde oder gelangweilt klingen sollte. Ich bin einfach müde, wirklich. Ich bin einfach müde, weil es schon richtig spät für mich ist. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ich bin hier kurz zurück. So, ich hab 1600. Ja, das könnte das hier werden. Yep, wird es auch. Ich glaube, es fehlt gerade einer. Ich bin mir nicht sicher. Und trotzdem call ich einfach mal. Du 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 du. Ja, ich bin hier pein. Wir hören deinen Нät ganieren. Ja. Fah. Ja, du du husst. Ich bin hier pein. Ja. Ja. Naja, komm, friss, 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 friss. Ha, 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 jawohl, das läuft doch. Das läuft doch spitze. Jawohl, 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 jetzt können wir pushen, 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 pushen. Ja, dann wird er natürlich jetzt geportet, der ist zurück zur Basis. Ja, da kommt er wieder. Ha. Ja, ein bisschen, ein bisschen schade. Ja, es ist nice. Er bericht sich auf. Ah, ah, shit, Entschuldigung. Hm, danke schön. Danke für den Heal. Ui, er bekam gerade eine Klingel geflogen. Das ist ein richtig gutes Team. Okay, jetzt sind wir die, die dominieren, also nicht ich. Ich habe natürlich gar nichts gemacht, außer ein Assist und eine Unterstützung bisher. Aber, ne? Er killt mich jetzt, er killt mich jetzt, er killt mich jetzt, er killt mich jetzt! Ja, er hat mich gekillt. Komm, den kriegt ihr, den kriegt ihr, den kriegt ihr, den kriegt ihr. Den kriegt ihr. Jawohl, den kriegt ihr. Ja. Ja, sauber, perfekt, danke. Nice. Zwei Mal gestorben, aber dafür zwei Assists. Das, 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 da bin ich schon sehr zufrieden. Sehr zufrieden, oh ja. Du musst kurz herhalten, Kleine. Ich bin sofort fertig. Genau. Ach, da ist schon. Okay, sauber. Hallo. Ouch. Oh nein, oh, what? What kind of damage? Woher? Wo kam er nur her? So, jetzt klatschen wir drauf. Los, do it! Ja, wir brechen durch, das schaffen wir definitiv. Sehr schön. Sehr schöne Arbeit. Ja, hau ab. I din, i reise. Entschuldigung. Ich wollte gerade, was, vermute ich, schlechtes sagen. Na, friss. Was immer, was, was jetzt war. Raketen waren es, genau. Das ist auf sich auch noch ein bisschen. Du, 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 du. Ah, mein Geschirr ist neun. Da, friss ein Geschirr ist ein Geschirr ist. Friss der, jawoll. Jawoll. Haha, unterstützt dabei auch noch. Jawoll. Oh, nice. Ich hab' ich das gemacht. Ich hab' keine Ahnung. Einfach irgendwelche Tasten drücken. So fühl' ich mich gerade. Also einfach nur wild darauf los. Und irgendwie hoffen, dass man irgendwie noch was anrichtet damit. Okay. Okay. Ja, haben wir, haben wir. Ja. Ja, ich hab's geschafft. Ja, ich das. Nice. Na. Wie. Ich bin selber total schockiert. Mir total müde. Also nicht total müde, aber ich bin. Man merkt, ich merke selber, dass ich meine Konzentration nicht so dabei ist wie sonst. Und trotzdem reiß ich hier dabei was ab. Also das ist. Wow. Mein Unterbewusstsein ist ein Jimmy. Ja. Na, da kann ich das leider nicht absichtlich benutzen. Da kommt es immer wieder. Nur durch Zufall. Oh, oh. So. Da, frisst mein Ulti-Geschütz. Ähm. Weg hier. Ich möchte mal neue Sachen kaufen. Hättest du wohl gern, ha? 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 So. Da hättest du. Oh, oh. Das war ganz... Nein, ich hab die Mops angelockt. Ich Idiot. Oh, oh. Ich bin toooot. Na, schade. Schade. Dieser kleine Stun war leider nicht genug. Aber sie können ihn jetzt erwischen. Er hat keine Chance mehr. Ja, sauber. Nice one. Nice one, guys. Nice one. So, ich kann jetzt den Hut kaufen. Huhu. Dann möchte ich, glaube ich, ein bisschen an meinen Lebenspunkten arbeiten. Ich glaube, der ist hier gar nicht mal so verkehrbar, weil es mir auch noch die Fähigkeit Stärke gibt. Und ja. Ja, nutzen wir das direkt mal aus. Aber ja, das Gegenteil tut mir schon, das ist nicht so balanced. Halt, ne? Wir haben hier 33 Punkte, die Gegner haben erst 14. Ist schon schade. Aber, ne? Nein, ja. Ah, verdammt. Ich kann da echt nicht viel machen, wenn die ankommen, bin ich weg. Also muss ich die immer auf Distanz halten. Aber das gelingt mir nicht. Das gelingt mir eigentlich nie. Also, ja. Wie er da liegt, so friedlich. Warte. Oh, oh. Schlechtes Timing. Nicht schon wieder. Nein. Okay, I got waved. Da bohrte ich mich mitten ins Herz des Gegners und wundere mich, dass ich auch noch so schnell gekillt werde. Ja, ja, ja. Meine Güte, du. Diese Inkompetenz meinerseits. Ja, sie forschen, sie forschen. Wenn du auch zurückgedrückt ein bisschen. Sehr schön. Oh, was ist denn da los? Ne? Nice. Nice. Was ist denn da los? Untertitelung des ZDF, 2020 Oh please, nein, das darf nicht, nein, so knapp, nein, ich dachte, ich schaffe es noch, ein einziger Hit, das Ding ist down, nice, fünffach Tötung, nicht schlecht, jawohl, hast es geschafft, Ja Leute, ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen, ich weiß, es war jetzt nicht unbedingt das beste Gameplay, aber halt so zum zeigen von wegen, ja, seit Ewigkeit mal wieder gespielt, Ich denke mal, so für den ersten Eindruck ist das, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, hoffe ich mal, Ihr könnt mir gerne sagen, was ich hätte verbessern können, worauf ich mehr hätte achten sollen, Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, für die Aufmerksamkeit, für die Geduld auch, und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's play irgendwas mit mir, Dalpina, und ja, schönen Tag noch, schönen Abend, schönen Morgen, und bis zum nächsten Mal, und tschüss.